Hallo, mein Name ist Chris Rosenberger. Ich war vor langer, langer Zeit einmal österreichischer Rallye-Staatsmeister. Deswegen habe ich natürlich immer noch großes Interesse, was Autos, Motorräder und Mobilität im Generellen anbelangt. Und ich darf euch beim Automagazin in nächster Zeit begleiten. Und als ersten Beitrag haben wir uns gleich einmal alle B-SUVs angesehen, waren bei allen Präsentationen und haben uns ein bisschen schlau gemacht, was dieses Segment anbelangt. SUVs sind wie gehabt das Autothema Nummer 1. Seit einiger Zeit gilt aber, je kleiner, desto besser. Jetzt kommen vier kompakte Hochsitze fast gleichzeitig auf den Markt. Hyundai Kona, Seat Arona, Skurakarok und VW T-Roc. Was sie gut oder auch weniger gut können, fassen wir im folgenden Überblick zusammen. Für ein SUV interessiert sich heutzutage der Großteil der Autokäufer. Fette Geräte sind dabei aber out. Abgesehen vom unschönen Preis gelten sie als wenig umweltfreundlich und als schnöde Ego-Aufbläser. Nein, kompakt und vor allem nicht zu teuer sollen sie sein. Dem trägt die neue Generation der City SUV im Format von rund 4,20 Meter voll Rechnung. Auch deshalb, weil deren Einstiegsvarianten teils deutlich unter 20.000 Euro zu haben sind. In den Mittelpunkt des Segments möchte sich der Wolfsburger VW-Konzern mit dem neuen T-Roc positionieren. Etwas kleiner als der Tiguan findet er auf einer Länge von 4,23 Meter, einer Breite von 1,81 Meter und einer Höhe von 1,57 Meter Platz. Das Kofferraumvolumen kommt auf solide 445 Liter. Ein sehr, sehr solides Auto, ein gutes Gesamtpaket. Wieder einmal vom VW-Konzern, muss man sagen. Wir sitzen in einem 150 PS Diesel mit ansprechender Leistung. Er könnte ein bisschen mehr Druck von unten erzeugen. Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass SUV sich immer größerer Beliebtheit erfreuen und die Modellvielfalt, die wir im Konzern haben, ermöglicht es uns, in vielen Segmenten mit vielen Marken präsent zu sein. Es ist aber so, dass jede Marke natürlich anders ist und ihre eigene Identität hat und die Modelle anders interpretiert. Das funktioniert auch in anderen Segmenten wie Polo und Ibiza. Und warum soll das jetzt auch im T-Roc nicht funktionieren? Als starke Konkurrenz bringt Koda nach dem Kodiak nun den Karok auf den Markt. Er gestaltet sich mit einer Länge von 4,38 m, einer Breite von 1,84 m und einer Höhe von 1,60 m etwas größer als das Modell der Konzernmutter. Der Skoda Karok punktet unter unseren Vergleichsmodellen mit dem Platzangebot. Das Kofferraumvolumen kommt hier auf 521 Liter. Was mir sehr angenehm aufgefallen ist, Materialauswahl, Verarbeitung. Was mir sehr gut gefallen hat, ist die Präzise Lenkung zum Beispiel. Ist in der Klasse nicht unbedingt so übrig, dass es so eine präzise Lenkung gibt. Sie ist aber trotzdem weder nervös noch sonst irgendetwas. Auch der Fahrwerkskomfort ist sehr okay. Ich meine, für mich könnte es ein bisschen sportlicher sein, aber man muss immer denken, dass das ein Familienauto sein soll. Wir wollten eine SUV auf den Markt bringen. Die hat alle die guten Eigenschaften von Skoda Autos. Also das Auto hat ein spezifisches, typisches Skoda-Design, tragertypisches Skoda-Design und hat alle gute Eigenschaften von unseren Autos, wie ist die Geräumigkeit, die Alltagstauglichkeit. Ebenfalls ein hoffnungsträchtiger BSUV soll der Seat Arona für den spanischen Hersteller sein. Er glänzt etwas kleiner, auf einer Länge von 4,13 m, einer Breite von 1,78 m und einer Höhe von 1,55 m. Sowohl der Preis, als auch der Platz im Kofferraum ist mit 400 Litern etwas niedriger angesiedelt. Die Arona ist sicherlich in einem besonderen Moment für die kleine Crossover. Es ist ein guter Kompromiss, insbesondere für die Technologie, Funktionalität, Komfort. Es ist sicherlich eine Sache, die in einer Seat nicht fehlen kann, die Dynamik. Der Arona ist ein typischer Seat. Das Design ist hervorragend. Das ist klassisch Seat, die LED-Scheinwerfer, Taktverlicht. Das erkennt man sofort der Seat. Kompakte Außenmaße und ein sehr großes Innenraumangebot. Das ist ein weiteres Asset natürlich. Der südkoreanische Hersteller Hyundai geht mit dem nach einer Gegend in Hawaii benannten Kona ins Rennen. Mit einer Länge von 4,15 m, einer Breite von 1,80 m und einer Höhe von 1,56 m gehört auch er zur Familie der BSUVs. Der Kofferraum gestaltet sich mit 361 Litern kompakter als bei den vorherigen Modellen. Der Kona zeigt eigentlich durch seine Individualisierungsmöglichkeiten, dass er für jeden Wunsch das passende Angebot hat oder auch das passende Auto ist. Sonnenklar ist den Herstellern, dass diese Autos kaum Offroad bewegt werden. Daher sind sie ausschließlich oder zum Großteil mit Frontantrieb erhältlich. Lediglich beim Hyundai Kona besteht eine 50-50 Chance, weil er derzeit mit nur zwei Motorisierungen erhältlich ist. Beim VW T-Roc soll das Einstiegsmodell ab 21.500 Euro erhältlich sein. Mehr Platz für mehr Geld bekommt man bei Skoda. Das Modell Karok wird ab 25.000 Euro angeboten. Günstiger wird es bei SEAT. Die Spanier verkaufen ihren SEAT Arona ab einem Einstiegspreis von 17.000 Euro. Auch der Hyundai Kona ist bereits ab 19.000 Euro bestellbar. So, jetzt haben wir gesehen, wie umfangreich das BSUV-Segment geworden ist in letzter Zeit. Wer hier das Rennen macht, wird man erst sehen. Apropos Rennen, es wird alle vielleicht schon ein bisschen wundern, warum ich hier in so einem bunten Pyjama stehe. Ich habe die Möglichkeit, beim Austrian Race of Champions hier in Greinbach an den Start zu gehen. Das ist eine Veranstaltung, wo alle Top-Fahrer aus den verschiedenen Bereichen des österreichischen Motorsports, wie zum Beispiel Rallycross, Rallyrundstrecke an den Start gehen und sich mit ihren Fahrzeugen auf derselben Strecke messen können. Das können wir uns jetzt anschauen. Heulende Motoren und quietschende Reifen. Bei der siebten Auflage des Race of Austrian Champions, kurz ROAC, durfte man sich auf ein spannendes Duell der Giganten freuen. Unter den rund 80 Teilnehmerinnen fanden sich bekannte Gesichter wie Gerwald Grössing, Alois Höller und auch unser Moderator Chris Rosenberger. Als besonderes Highlight brachte er zum ersten Mal in Österreich das Ex-Weltmeisterauto von Petter Solberg auf die Straße. Den Fans boten sich acht verschiedene Motorsport-Kategorien, darunter Rally, Rallycross, Autocross, Rundstrecke und einige mehr. Unter den Frauen findet sich Brigitte Schmalzl. Sie darf sich über die Teilnahme an einer neuen Kategorie freuen. Ja, die Veranstaltung führen wir zum siebten Mal durch, hat mittlerweile Tradition. Es gibt eine neue Klasse, Rundstrecke historisch und unter anderem das WRC von Chris Rosenberger, Subaru Impressor. Bereits zum zweiten Mal macht Manfred Stohl mit dem ersten Rally Electro Peugeot 207 von sich hören. Mit 544 PS wird er sich still und leise in der Klasse Rally Allrad mit der starken 600 PS Konkurrenz messen. Gefahren wird im K.O.-System, das heißt Vormittag scheitert einmal die Hälfte aus und Nachmittag werden Halbfinale und Finale gefahren. Ob die Akkus von Manfred Stohl bis zum Schluss ihre Leistung halten können und wie es Chris Rosenberger mit seinem Ex-Weltmeister Subaru ergeht, erfahren Sie in wenigen Minuten. So, jetzt konnten wir ein bisschen die Vielfalt des österreichischen Motorsports erkunden. Auf dieser schönen Rallygroßstrecke in Greimbach fährt alle sogar Rundstreckenautos über die Schotterpassagen. Mit einem Bentley würde man hier vielleicht nicht unbedingt über den Schotter knallen. Dafür gibt es aber auch die Blampin Serie, wo die Bentleys am Start sind und das schauen wir uns jetzt an. Exklusivität, Performance und Luxus. Die Fahrzeuge von Bentley verkörpern diese Ideale wie kaum eine andere Marke. Auf den Straßen sorgen die Modelle für pures Fahrvergnügen und unendliche Möglichkeiten. Anlass genug, um sich auch in den heiß umkämpften GT-Meisterschaften weltweit mit anderen Premium-Herstellern zu matchen. Schauplatz Blopper GT Series Hier messen sich aktuell 21 Teams mit GT3-homologierten Fahrzeugen von 12 Herstellern. Neben traditionellen Marken wie Ferrari, Porsche, Lamborghini oder Mercedes, findet sich seit April 2013 auch der Bentley Continental GT3 im Starterfeld. Für die nicht ganz triviale Anpassung der sportlichen Luxuskarosse hin zum Rennboliden zeichnet das englische Motorsportteam M-Sport verantwortlich. Mit der Straße ist ziemlich schwer. Wir müssen mit einem neuen Projekt beginnen. Wir beginnen von dem Boden nach vorne und setzen die Panels auf die Fahrzeuge. Wir können reduzieren die Größe des Fahrzeuge, denn wir können nicht 4-Wheel-Driven in der GT3 nutzen. Es ist nur 2-Wheel-Driven. Wir können die Fahrzeuge nach unten und zurück und haben die Transmission nach hinten, und haben die Fahrzeuge mit einem viel besseren Weight-Balance der Fahrzeuge. Es ist sicher nicht nur Marketing-Philosophie, sondern ganz, ganz viel Geschichte, die Bentley mit Motorsport verbindet. Die legendären Bentley Boys haben ja bereits in den 1920er Jahren im Prinzip die Marke mit gegründet. Das heißt, es ist ganz, ganz tief in der DNA von Bentley, von Bentley Motors in der Marke auch verwurzelt. Auch bei den Fahrern überlässt Bentley Racing nichts dem Zufall. So fand zum Beispiel Andy Sucek den Weg von der Formel 2 über die Formel 1 zu den Blancpur GT3 Series und ist hier Garant für Top-Ergebnisse im Team Bentley Motorsport. Jetzt gibt es sehr viele und gute Fahrer, gute Teams, gute Autos, viele Marken, die wir fahren. Und ja, das macht eigentlich Spaß. Die Autos sind sehr unterschiedlich zu einem Formel Auto. Ich habe meinen Fahrstil ein bisschen ändern müssen, aber im Endeffekt bin ich immer noch dabei. Und ich war auch in der Formel 1 und jetzt könnte ich vielleicht in 2017 den Titel holen, jetzt in der Blanc Pain Endurance. Von Bentley begeistert zeigen sich auch bekannte Gesichter wie Peter Peter, Vater von Tourenwagenlegende Philipp Peter und seinerzeitiger Weggefährte von Niki Lauda, Dr. Helmut Marko, Jochen Rindt und Erich Breinsberg. Ganz ohne Stress genießt er heute seine Ausfahrten im Bentley Cabrio. Die Ansprüche dabei sind natürlich ganz klar definiert. Mit der Marke von Bentley verbindet mich eigentlich hauptsächlich die Qualität, das wunderschöne Design. Ich habe selber einen Bentley GTC Cabriolee und für mich ist das schönste Auto und das verbindet mich, ja. Sportlich, elegant und dabei das Siegespodest ständig im Visier. Das Engagement des britischen Premium Herstellers Bentley in der GT3 lässt in den nächsten Jahren auf hochklassigen GT Sport hoffen. Ich bin heute hier mit meinem neuen Einsatzgerät. Neu ist relativ, weil das Auto ist doch schon inzwischen fast 15 Jahre alt. Aber es ist etwas ganz besonderes und das will ich heute jetzt ein bisschen erklären. Es handelt sich hier auf jeden Fall um ein damals WM trächtiges Auto. Peter Solberg ist unter anderem mit diesem Auto 2003 in der Weltmeisterschaft unterwegs gewesen. Konnte in dem ja auch die Weltmeisterschaft für sich gewinnen. Und das zeugt natürlich auch von der Speed, Performance und Zuverlässigkeit von diesem Rally Auto. Die Hauptkomponenten ganz kurz beschrieben. Wir haben einen 2 Liter Turbomotor, Boxer, was in dem Fall für das Handling sehr, sehr gut ist, weil das Gewicht sehr, sehr tief ist. Leistungsmäßig wird das mit 34mm Restriktor, der vorgeschrieben war und ist, ungefähr 340-350 PS haben. Aber noch viel wichtiger ist das Drehmoment auf jeden Fall. Das Auto hat unglaublich viel Drehmoment. Was das Fahren ein bisschen entspannter macht, weil man nicht immer im hohen Drehzahlbereich unterwegs ist. Und man kann sich wirklich auf seine Linie konzentrieren, auf die Bremspunkte und auf die Strecke und dem Schrieb des Beifahrers. Von außen ist ja das Auto relativ seriennah. Wenn man ins Innere schaut, abgesehen vom Motor, sieht man natürlich auch die speziellen Einzelheiten. Vom Fahren her ist ja zum Glück vom Handling sehr, sehr einfach. Von der Bedienung her wird es aber etwas kompliziert. Wir haben ein Cockpit quasi wie in einer Space Shuttle mit 100 Millionen kleinen Knöpfchen, wo man unabhängig voneinander Differenziale, Getriebe, Motor von der Leistung, von den Sperrwerten, von den Einstellungen her verstellen kann. Was natürlich auch ein riesen Unglück bergen kann. Man kann sich natürlich mit vielen Optionen auch etwas verzetteln im Setup. Displays haben Fahrer und Beifahrer mit allen möglichen Daten, die wir als Fahrer gerne ignorieren. Das heißt, für mich ist nur relevant Schaltdrehzahl. Alles andere ist Sache der Techniker, die sich nach der Sonnenprüfung damit beschäftigen, mit einem Readout der Telemetrie. So, ich habe nur mehr ein paar wenige Minuten, bis es hier losgeht. Ich muss mich ein bisschen breit machen und meine feuerfeste Wäsche richten. Und ich gebe es somit weiter an den Meldungsüberblick. Ein erfolgreiches Berufsleben neigt sich für Torrid Heire dem Ende. Nach dem Einstieg 1977 in die Hotelbranche führte sie der Weg 1987 weiter als Marketingassistenz bei Honda. Nach 21 Jahren als Direktorin der Kommunikation bei Renault Österreich wird sie nun von der erfahrenen Managerin Nora Mautner-Markhof abgelöst und in den Ruhestand entlassen. Die Elektromobilität, autonomes Fahren, was passiert mit dem Diesel. Ganz spannende Dinge gehen da los in der nächsten Zeit. Und da werde ich bestimmt dran bleiben. Das schon allein aus meiner Neugierde heraus. Alle Millionäre aufgepasst. Neben dem Luxuswagen in der Garage darf man sich künftig auf eine edle Yacht im Porsche-Design freuen. Laut dem Monegasischen Yachtbauer Dynamik soll die GTT 115 Hybrid ab sofort ausgeliefert werden. Auf einer Länge von 115 Fuß, umgerechnet 35 Metern, erwartet die Besitzer Kabinen Luxus pur. Um den 911er der Meere handelt es sich hier jedoch nicht. Lediglich das Designbüro, das Ferdinand Porsche einst gründete, zeichnet für die Planung des Luxusliners verantwortlich. Das zehnjährige Jubiläum 2018 nimmt KTM in Graz zum Anlass, den Crossbow künftig mit einem Doppelkupplungsgetriebe von Volkswagen auszustatten. Und das andere ist unser Partner Reiter Engineering, der den KTM Großburg GT4 als Rennfahrzeug maßgeblich entwickelt hat. Die sind gerade dabei, dass sie das Fahrzeug mit einer Einzelgenehmigung auch auf die Straße bringen. Und das werden interessierte Kunden dann bei Reiter Engineering kaufen können. Das Schöne beim Austrian Race of Champions ist, dass es auch eine große Vielfalt an Fahrzeugen gibt, an Fahrern. Aber in dem Fall ist es ganz besonders, weil wir haben hier ein Auto, was wirklich wie ein halb normales Rallyeauto aussieht. Aber es fehlt etwas ganz Wichtiges vorne, nämlich der Benzinmotor. Es handelt sich nämlich hier um den Hyper MK1 von Stoll Racing, was ein reines Elektrofahrzeug ist und sich hier mit den konventionellen Rallyeautos messen darf. Messen tut natürlich auch gerne Automagazin und das speziell jetzt bei der neuen Referenzstrecke, die man eingerichtet hat, um die Elektroautos besser untereinander vergleichen zu können. Wie zum Beispiel jetzt den BMW i3. Seit Jahren sorgen Elektrofahrzeuge mit der sanften Mobilität für frischen Wind in der Automobilbranche. Als Herausforderung stellt sich ein Vergleich der verschiedenen Modelle dar. Die Redaktion des Automagazins hat deshalb auf 93 Kilometern eine Referenzstrecke zwischen dem steirischen Söding und dem Gaberl eingerichtet. Wir haben eine Teststrecke mit einem relativ großen Höhenunterschied. Wir starten bei 370 Höhenmeter und sind jetzt auf 1650 Höhenmeter, um das Potenzial des Elektromotors bzw. der Rekuperation wirklich herausstreichen zu können. Heute unterzieht sich der BMW i3 unserer Challenge. Wir konnten den Stromer mit dem 94 Amperestunden Akkupack an einem spätherbstlichen Tag bei Außentemperaturen zwischen 6,5 und 12,5 Grad über unseren Testparcours auf seine Performance und Eigenschaften prüfen. Zuerst im Überlandstraßenverkehrsgewühl, dann über kurvige Bergstraßen hinauf aufs steirische Gaberl, weiter zum alten Almhaus und wieder retour. Wir starteten mit vollem Speicher bei einer Reichweitenanzeige von 237 Kilometern. Im Streckenverlauf zeigte das Display bei den Zwischenmesspunkten durchaus realistische Verbrauchs- bzw. Reichweitenverlustwerte an, sowohl auf Steigungs- als auch auf Gefällepassagen. Die einzige Irritation? Nach einem fünfminütigen Zwischenstopp am Wendepunkt zur Retourfahrt verfiel die Restreichweite in der Anzeige von 164 Kilometer auf 83 Kilometer. Auf Anfrage unserer Redaktion bei BMW bekamen wir zu diesem Phänomen jedoch keine Erklärung. Insgesamt konnten wir aber unsere Testfahrt positiv bilanzieren. Im Vergleich zur zurückgelegten Fahrstrecke zeigte das Display um sechs Verbrauchskilometer weniger an, als tatsächlich gefahren. Im Vergleich zu den bisherigen Fahrzeugen, dem VW e-Golf und dem Hyundai Ioniq e.V, startete BMW i3 mit 237 Kilometern mit der geringsten Reichweite. Nachdem alle drei Testfahrzeuge in etwa 93 Kilometer zurückgelegt haben, ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Das Elektrofahrzeug aus Bayern zieht ein Plus von 6,1 Kilometern mit sich, gefolgt vom VW e-Golf mit 5 Kilometern und zu guter Letzt dem Hyundai Ioniq mit 4,5 Kilometern. Durchschnittlicher Verbrauch 13,8 Kilowattstunden und das bei guter Performance im charakteristischen i3 Design. Der Bayern Stromer konnte überzeugen. Von der modernen Elektromobilität komme ich jetzt wieder zu den alten Fahrzeugen, wo vor kurzem die Oldtimer-Messe in Padua war, wo ich mir alle 5.000 Autos, die dort vor Ort ausgestellt waren und Motorräder einzeln angesehen habe. Und nach den 5.000 Autos habe ich dann eine alte Vespa mit nach Hause genommen. Funkelnde Klassiker, unzählige Ersatzteile und originelle Devotionalien sorgten auch 2017 auf der Autodepoca in Padua für rund 60.000 Besucher. Das erste Mal ist, dass wir ein neues Portal, das heißt My First Classic, der in der FIVA-Reunion war, und das ist ein neues Portal, der an die Mädchen und die Mädchen. Wir zeigen uns, wie die Autodepoca sind, wie man auf der Autodepoca arbeitet und welche Autodepoca sind. Ganz klar im Fokus waren heuer Fahrzeuge von unzähligen Clubs und Privatanbietern anlässlich von Sonderschauen. Am Padua ist vor allem das italienische Flair, die italienischen Autos, und es ist eine ganz andere Motivation als bei uns vielleicht in Österreich. Und vor allem, es ist so eine Vielfalt von Fahrzeugen da, die man bei uns nicht wirklich so aussuchen kann, als wir da. Mit raren, teilweise erstmals ausgestellten Exponaten präsentierte man vorwiegend italienische, deutsche und englische Automobil- und Zweiradgeschichte. So gesehen mehr als 5.000 Exponate an der Zahl. Ein riesiges Angebot also an historischen Fahrzeugen zum Saisonende. Ja, die Ultima Messe Padua ist für mich immer traditionell ein bisschen der Saisonabschluss. Bei uns waren die Blätter schon bunt gefärbt und da ist das Wetter meistens dramatisch besser und das Essen auch. Dem 30. Todestag von Rennfahrer Chille Villeneuve widmete man eine Sonderausstellung mit Rennwagen, Rennanzug und anderen Erinnerungsstücken an den ehemaligen Formel-1-Fahrer, der 1982 verunglückt war. Ein Großteil der Fahrzeuge stand selbstverständlich zum Verkauf und wie man weiß nicht nur die hochpreisigen, sondern auch Klassiker für den kleineren Geldbeutel. Aber auch hier gilt wie überall anders, schöne Fahrzeuge haben ihren Preis. In Padua heuer allerdings sehr hoch oder vielleicht sogar zu hoch. Nach der Ultima Messe in Padua finden wir uns ja auch wieder zwischen alten Fahrzeugen ein. Aber im Gegensatz zu Padua ist der Schwerpunkt hier auf Motorrädern und wir haben uns zwischen den alten Motorrädern eingefunden, um hier auch ein altes Urgeschein der Szene begrüßen zu dürfen. Und der Andi Wert, der jetzt 30 Jahre Reitwagen-Magazin feiert und überlebt hat. Und vielleicht kannst du uns ein paar Highlights aus diesen 30 Jahren berichten. Das müssen wir auf mehrere Sendungen verteilen, wie du weißt. Aber wenn wir schon ein bisschen Eigenlob betreiben dürfen, ist, dass wir eigentlich aus der reinen Fahrersucht begonnen haben, ein Heft zu erzeugen und dann ganz erschüttert festgestellt haben, dass das ein Marktführer geworden ist. Und das ist es eigentlich noch immer. Im Zuge dessen haben sie aber auch viele Seiten, Aufträge eingestellt, wie Mitarbeiter an Serienprojekten, an Entwicklung, an Forschung, an Rennstreckenbau bis hin zu Aufbau von Renn-Teams, die zum Teil sogar WM gewonnen haben. Aber ihr wart ja immer an der Basis. Es war alles das Geheimnis, glaube ich, dass ihr immer selber Fahrer wart, dass ihr immer gefahren seid. Es gab immer lustige Stammtischgeschichten zu erzählen. Ich war auch geografisch fast in der Nähe, somit habe ich da sehr, sehr viel mitbekommen. Und ich glaube, das ist auch das, was irgendwo die Kundschaft bindet, dass man greifbar ist, dass man nicht irgendein Verlag ist, der irgendwo sitzt und lauter Theoretiker am Werk hat, die nur Prospektdaten abdrücken, sondern die auch Erlebnisse vermitteln können. Ja, wir sind echte Triebtäter immer gewesen. Wir kommen nicht aus der Journalistenszene. Wir wollten fahren, wir wollten schnell fahren, wir wollten schnelle Leute um uns haben. Und daraus, aus dem Antrieb ergibt es ja irgendwann eine Grundkompetenz, die kannst du nicht vermeiden. Und das ist bis heute so blieben. Also wir sind jetzt nicht die tollen Geschichterl und Erzähler, die jeden Tag irgendwas posten. Aber wenn man Hintergründe verstehen will, dann ist das etwas, was uns fesselt und das wird man bei uns finden. Nach diesen 30 Jahren, wie schauen die nächsten 30 Jahre aus? Wir haben jetzt anhand des Beispiels der EICMA 2017 schon die ganzen Modelle für 2018 sehen können. Was waren deine Eindrücke davon? Einerseits spektakulärste Neuentwicklungen, aber unter der Oberfläche ein kompletter Strukturwandel der ganzen Motorradszene, die fast niemandem aufgefallen ist. Es ist auch schwer, die Zeichen zu lesen, aber man muss wissen, dass zum Beispiel alle alten klassischen britischen Motorradmarken nicht gestorben sind, sondern alle mit Investments aus Indien und China ein fantastisches Leben mit einer sehr aufregenden Zukunft führen. Beispielsweise Norden gerade in Peking und in Shanghai Flagships war eröffnet, wer hätte das gedacht. Es ist natürlich toll, dass gerade diese alten traditionellen Marken am Leben erhalten werden. In dem Fall leider unter Anführungszeichen mit Hilfe aus dem Osten. Nichtsdestotrotz, die Marken bleiben erhalten. Man sieht sie in der Automobilbranche ähnlich. Da bleiben gewisse Marken auch durch die Hilfe externer Investoren am Leben. Dem Kunden kann es egal sein, wie die Marken weiterleben. Hauptsache sie bauen nach wie vor so tolle Produkte. Und man hat auch diese Markenvielfalt, wo man sich doch individuell ein bisschen definieren kann. Ich glaube, das macht das Motorradfahren aus, dass man individuell entscheiden kann, ich fahre das, ich mag das. Wir sind uns zwar alle ähnlich, aber wollen uns doch ein bisschen unterscheiden, oder? Ja, man darf das gar nicht so verteufeln. Das ist einfach ein Faktum, dass das Volumen an Motorradkäufern in den großen asiatischen und südamerikanischen Räumen liegt. Und dass wir sozusagen nicht mehr die kleine Spitze des Eisbergs sind, das ist ja eine gute Rolle. Man darf da auch keine Träne vergessen, schon gar nicht als Husqvarna-Händler. Erstens ist die Marke gerettet, aufgefangen und zu einem riesigen Welterfolg gemacht worden. Der hochinteressant ist, der sogar wortlaut Stefan Pira selber ein bisschen überfordert hat. Das hätte er nie glaubt in dem Ausmaß. Und umso mehr steht dahinter, dass eigentlich ein Technologieverband in Indien dasteht, der die Möglichkeiten mit sich bringt, bis nach China und bis nach Südamerika mit sowas zu gehen. Das wäre völlig undenkbar gewesen für eine kleine europäische Marke früher. So lieber Andi, danke vielmals fürs Kommen. Es gibt noch sehr, sehr viel zu erzählen. Das werden wir sicher zur späteren Zeit noch einmal nachholen. Aber jetzt gehen wir zurück zum Race of Austrian Champions in Greinbach. Schon in den Vorläufen dominierte Manfred Stohl aus Wien mit seinem Peugeot 207 Electro. Mit einer Zeit von 1.03.31 sorgte er letztendlich für die Tagesbestzeit und gewann somit die Gesamtwertung vor dem Niederösterreicher Gerwald Grössing. Voriges Jahr haben wir absolut die falschen Reifen gehabt, aber man lernt ja aus Fehlern, sagt man. Und offensichtlich habe ich es geschafft diesmal. Drehmoment technisch würde ich mir den Manfreds Heinz wünschen. Es war heute unschlagbar. Es ist richtig ein tolles Gerät und Kompliment an den Manfred. Seine Finalzeit mit dem Mitsubishi Evo 6 1.05.37. Über den dritten Podestplatz durfte sich mit dem Mitsubishi Evo 9 der Steirer Günther Knobloch freuen. Ja, also an sich ist es sehr gut gelaufen. Wir haben dann im Halbfinale um wenige Jahrzehntel den Einzug ins Finale versäumt. Da waren dann noch so ein paar kleine Unklarheiten für uns zu dem Zeitpunkt. Aber letztlich unter dem Strich war es für uns schon sehr überraschend, dass wir überhaupt so weit gekommen sind und dass so knapp dann letztlich nicht geklappt hat. Unter den Frauen feierte nach einem knappen Rennen in der Division Rundstrecke historisch Brigitte Schmalzl ihren Sieg. Nicht gereicht hat es hingegen für Chris Rosenberger. Er musste bereits bei den Ausscheidungsrennen am Vormittag aufgrund von Technikproblemen den Motor abstellen. Nach der siebten Auflage des Race of Austrian Champions in Greinbach darf man sich bereits auf die nächste Veranstaltung 2018 freuen. Obwohl das Austrian Race of Champions hier in Greinbach für mich persönlich ein sportliches Debakel war, war es sehr, sehr schön die Vielfalt des österreichischen Motorsports hier live zu erleben. Auch die vielen verschiedenen Fahrzeugarten und Varianten, die es gibt. Und so vielfältig wird auch das Automagazin weitergehen, wenn wir das nächste Mal direkt von der WNR Autoshow berichten. A.I.